Ja, na klar. Okay, das ist der richtige Weg. Wäre ich besser gleich da gefliegen, beziehungsweise den Weg weitergegangen. Ein Elch, der Elchtest, nett bestanden. Ne, es ist ein Rentier, kein Elch. Was ist das? Gefällt dir, was ich mit dem Laden gemacht habe? Ich weiß, ich weiß, es ist ein bisschen viel. Was soll ich sagen? Ich bin manchmal ein bisschen zwanghaft. Okay, lass mal gucken. What the fuck? K***er Scheiß. Okay, wo geht es hier rum? Die Luftballons versperren mir den Weg. Ich gehe aber jetzt einfach mal davon aus, ich muss wieder, fünf Gegner sind es wieder. Und ich muss sehr wahrscheinlich wieder einiges ausschalten. Da vorne kann ich hier was dran schießen? Oder nicht? Ne. Und dann ist der einzige Weg hier rum. Okay, shh. Ah, sowas jetzt kommt her. Geht nicht weiter gequatscht hier. Na klar, ich mache das schon jahrelang. Hey. Das war jetzt natürlich viel, gar nicht zu kämpfen. Das war jetzt... Das war jetzt... Das war jetzt... Mitten in... Mitten in... Kapierst du? BABABABABABABAB... Ah. Du kannst mich nicht nüch. Genau, hebt mal hier die Waffe. Guck, 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 guck. Denk dich wohl nie, der Saft noch hat Verstand. Habt ihr verstanden? Buh. 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 er sehen soll, als wir ihn mit Handschlag besiegelt haben. Oh mein Gott, eine Minute. Oh, wie soll das funktionieren? Irgendeine Zeit läuft ab, zerstörbare Oberfläche, wie soll das hier funktionieren? Ah, okay, ich hab's mal gedacht, lauf ja nicht in die Scheiße, aber die Zeit ist abgelaufen. Oh, schade, schade, Schokolade. Hahaha. Wasser denn, Joker, und immer noch gelang ins Penthouse. Wo ich das alles her habe, fragst du? Na ja, ich hab'n tollen Deal für einen schlichtgerechten Einzeitspark gemacht. Du hättest das Gesicht des Maklers sehen sollen, als wir ihn mit Handschlag besiegelt haben. Okay, grün. Hahaha. Grün? Ab, 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 ab. Hm, Fernlenkralle? Okay. Okay, jetzt brauch ich mal ein Explosivgel. das ich möglichst schnell auswählen sollte, ne? So geht's. Wo ist mein Kryptografer? So. Klopf. 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 Na ja, technisch gesehen war das Schummeln. Aber, ach, was soll's, ich mag Schummeln. Also, bravo Batman, bravo. Okay, das war jetzt mal eins, wo ich wirklich alles habe einsetzen müssen. Lass mich hier raus. Ihr seid frei. Ich entlasse euch in die Freiheit. So. Weiter geht's zum Penthouse. Joker ist kommen. Egal was du mir in den Weg. Netter Versuch. Es gibt keinen Ausweg. Du musst wohl da warten, wo du bist, bis ich die Hotelgäste durchschicke. Du hast all diese schicken kleinen Spielzeuge. Ich bin so neidisch. Langweilig. Wenn du es nicht bald rauskriegst, gehe ich schlafen und warte auf den Weihnachtsmann. Den Ferngelenken-Bettering. Habe ich den überhaupt noch? Den habe ich schon. Den habe ich doch jetzt hier gerade. Ah, doch hier. Auf dem. Ist gleich. Wo ist? Wo ist? Wo ist der? Wo ist der Kasten? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der Kasten? Oh mein Gott, hier. Oh shit. Also ich muss einmal um die Kurve. Hahaha. Das Teil lässt sich, naja. Nicht wirklich so toll lenken. Aber wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. So. Du bist vielleicht einfallsreich. Aber bleib fair. Nicht, dass ich dir deinen kleinen Gürtel wegnehmen muss. Und Batman bleibt immer fair. Egal welches Rätsel. Oh nein. Nicht nochmal. Bitte. Dieses Spiel nenne ich Joker sagt. Und jetzt sagt Joker, dass ich dieser arme Mann gleich wegen dir heiser schreien werde. Wenn ich versuche, ihn herauszuziehen, stirbt er an dem Stromstoß. Ich muss bei dem Spiel mitmachen. Juhu. Das hier gefällt mir am besten. Erinnert mich an meine Kindheit. Der Geschmack von Popcorn. Das Rad an der Fahrgeschäfte. Der Gestank von toten Pennern unter der Promenade. Ach, die gute alte Zeit. Haha. Ich glaube, ich rieche dampfendes Fledermaushirn. Hast du als Kind auch versucht, die Nationalhymne zu rülpsen? Darin war ich immer eine Niete. Dieser Gentleman meinte, ob er könnte es. Machen wir uns einen Spaß und schauen wir, wie er sich unter Strom schlägt. Hahaha. Ah. Okay. Oh mein Gott. Das heißt, muss ich die wieder beide gleichzeitig? Ah ne. Okay. Die muss ich in einer bestimmten Kombination treffen. Die Luftballons. Okay. Ah. Wurde sie mir eben sogar angezeigt. Den. 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 Bro, du bist frei. Huh? Okay. Jetzt nochmal. Eins. Zwo. Drei. Vier. Habe ich doch. Ich habe zu denen angeschossen. Den da. Eins. Oh mein Gott. Zwo. Drei. Vier. Ah, okay. Es geht immer weiter. Ah. Aber es sind so ein Glück nur vier. Das lässt sich relativ gut merken. Er hat es geschafft. Oh Gott, er hat es geschafft. Du bist frei. Habe ich doch gesagt. Ich glaube, du musst noch an deinem Humor arbeiten. Du hast heute Nacht nicht einmal gelächelt. Du weißt doch. Ein Lächeln am Abend ist besonders erlauben. Was ein Spruch. Was haben wir denn hier? Da kann ich aber nichts damit machen. Das heißt, muss ich hier rum, ne? Nein. Warum, warum, warum kannst du nicht schießen? Wo ist der, wo ist der andere Ankerpunkt? Ist der hier irgendwo? Okay, versuchen wir hier runter zu kommen. Warum, Batman? Ah, okay. Weil die Nase im Weg ist. Die Nase ist im Weg. Die Nase ist kein zweiter Ankerpunkt anscheinend. Aber ich kann hier rein. Oh Gott, das ist ein Lieder. Deine Mami wird heuer, wenn sie sie sieht. Ah, Klappe. Ich hau dir in die Fresse, dann. Ist gut. Warum bin ich so langsam? Ich bin ziemlich langsam eben. Ich werde genießen, die zu Tode zu mögen. Jede Minute davon. Okay, ich muss langsam machen. Auf jeden Fall. Oh, Batman. Jetzt ist meine Zeit. Oh, das muss ich vorsichtig machen. Auf jeden Fall vorsichtig. Okay, ich bin schon fast, ich bin schon fast weg vom Fenster. Genau, hause mal weg. Das finde ich genial. Er haut jetzt seine eigenen Leute weg. Aber ich schlafe mich wirklich nicht mehr treffen lassen. Konzentrieren. Wie viel hast du noch auf Lager? Oh, und jetzt trifft er mich. Nein, jetzt trifft er mich nicht. Das muss man erst extrem knapp machen. Oh, komm, jetzt. Warte, 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 warte. Zapp. Ja, das verringert die Besucherzahlen. Aber das tun die Attraktionen ja auch schon. Ha! Willst du die schreckliche Wahrheit hören? Ich bin erst seit ein paar Tagen in Gotham. Und schon jetzt habe ich mehr erreicht, als du in den... Wie vielen? Zwei Jahren, die du die ganze Kostümshow abziehst. Roman Sion ist weg. Oh, Mann, der war korrupt bis ins Wagen. Bin ich losgeworden? Der Anschlagsleiter von Bleckett, wenn wir sie in der Gitter sind, nachdem man sich ihn heute abmachen lassen. Weißt du, es ist fantastisch, was man alles erledigen kann, wenn man sich keine Sorgen um richtig und falsch macht. Wenn man die Dinge einfach... So, du hast es bis ans Ende meiner kleinen Geisterbahn geschafft. Leider solltest du mittlerweile tot sein. Entschuldige mich bitte. Ich muss den Architekten erschießen. Komm her, du mieser Boss. Bitte nicht. Ha! Ha!